In der eigenen Hälfte gestartet. Damjanovic wieder gegen Specht. Damjanovic. 4 zu 2. Jovana Damjanovic. Jovana Damjanovic, FC Bayern München. Stürmerin. In Belgrad, in Manfredo, wo ich aufgewachsen bin, waren die Jungs und die haben Fußball gespielt. Am Ende waren nur neun Leute da und der Trainer wollte am Ende so fünf gegen fünf spielen. Dann hat er einfach gesagt, hey komm, du Kleine, du spielst einfach mit. Dann bin ich nach Hause gekommen und zu meiner Mama gesagt, hey Mama, ich trainiere Fußball ab jetzt. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl in München und auch in unserem Verein. Und ich glaube, ja, ich und FC Bayern München passt einfach zusammen. Das ist ein Ehrgeiz, das ist eine Liebe und das ist eine coole Beziehung, die wir haben. Der letzte Ball beim Aufwärmen, auch wenn es kein Torwart im Tor ist, muss ein Tor sein, sondern kann ich nicht spielen. Ich glaube, die Rivalität ist immer da, egal ob man gewinnt oder verliert. Die 6-0 in Wolfsburg, das war schon ein bisschen viel zu viel. Und dieses Jahr wollen wir es auf jeden Fall besser machen. Ich liebe Kaffee. Ich liebe alles, was um den Kaffee geht. Ich habe auch jetzt in der Sommerpause die Roaster-Kurse gemacht. Ich habe schon einen kleinen Traum, irgendwann eine Kaffee-Rösterei zu haben und einfach Leute glücklich zu machen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.